Gott der Vater, über den Antichrist, in, und eine neue Weltwährung. Freitag, 23. September 2011, 21 Uhr und 30 Minuten. Meine Tochter, obwohl die Welt die Bewarnung, fürchten mag, muss sie akzeptieren, dass die Prophezeiungen, die im Buch der Offenbarung enthalten sind, nun über sie kommen. Der heilige Kirchenstaat, gleich der Vatikan, ist jetzt ebenso gefährdet, wie es auch der Staat Israel ist. Die Prophezeiungen werden sich verwirklichen, sobald die Welt vom Antichristen kontrolliert wird, der versuchen wird, euch durch eine neue Weltwährung zu kontrollieren. Sobald und wenn ihr auf diese Weise kontrolliert werdet, werdet ihr, auch, auf jede andere Weise kontrolliert werden. Die Warnung, wird diese und andere böse Abscheulichkeiten stoppen, die durch globale Kräfte geplant werden. Diese Abscheulichkeiten übersteigen die Verstandeskraft meiner Kinder in der ganzen Welt. Als unschuldige Schachfiguren in einem Spiel, das nicht euer Berg ist, werdet ihr von meiner Hand der Gerechtigkeit beschützt werden. Erhebt euch, meine Kinder, und bekämpft diesen Ablauf des Bösen durch das Gebiet. Die globale Kontrolle und Verfolgung, die gerade in diesem Moment geplant wird, können durch das Gebiet abgewendet werden. Nicht alle von euch können oder werden gerettet werden, derart ist der Griff des Antichristen, den er auf euch ausüben wird. Meine Kinder, Satan wird niemals gewinnen. Ihm ist nicht die Macht gewährt worden, und ebenso, wie sich sein Griff jetzt zu lockern beginnt, wird er so viele Seelen, wie er nur kann, in den Abgrund der Hölle mit sich schleifen. Ich weine in tiefem Kummer um meine schöne Schöpfung und jene kostbaren Seelen von mir. Oh, wenn sie doch nur auf die Wahrheit hören würden. Wissenschaftliche Beurteilung ist unsinnig, denn keine Wissenschaft wird die Wirklichkeit meines göttlichen Reichs ersetzen. Nicht eine Person auf Erden kann jemals die Schönheit und das Wunder ergründen, das euch alle erwartet, denn es ist mit menschlichen Begriffen nicht zu beschreiben. Bald werdet ihr die Pläne verstehen, die ich habe, um die Welt aus den Händen des Betrügers zu retten. Ich liebe euch alle und werde meine Anhänger zu jedem Zeitpunkt während jeder geplanten Verfolgung schützen. Schaut auf mich. Öffnet eure Arme und erlaubt mir, euch alle festzuhalten und zu beschützen. Meine Kinder, die an mich glauben, haben nichts zu befürchten. Euer geliebter Schöpfer Gott, der Allerhöchste Gott, der Vater